Liebe Freunde, hallo und äh, um Gottes Willen. Liebe Freunde, hallo und jetzt kommt uns zu einer weiteren Folge von The Witcher 3. Wie war's dir? Guten Tag, mein Gott, was war das denn für ein Anfang. Hendricks Notiz, ne, jawohl. Nefgalische Verbindung, fest abgeschlossen, Hexenjagd. So. Dann begeben wir uns jetzt auch mal direkt zum Baron, zur Festung des Barons, weil ehrlich gesagt, das interessiert mich jetzt am meisten. So, und zack. Los, Plötze, go. Scheiß, wenn man ein bisschen Fantasie benutzt, hätte ich das echt dann wie Ave Maria. Oh, nice, ich meine, ich kann auch einfach nur einen Klacks weghaben, ne, aber... Oh, ich hab einfach zu viel Fantasie, kann auch sein. Aber in meinem Kopf, falls ich das selber sein wie Ave Maria. Da steht sie nun, die Festung des Barons. Oh, ich kann verkaufen. Nice, sehr gut. Nice, sehr gut. Okay. Zeit, kleine Barron. So, dich verticken wir jetzt erst mal. Dich. Das Gewinnkarten, ne. Oh, und? Das hat ein Ausrufezeichen, das ist wichtig. Weg. Oh, was ist das denn? Satteltaschen, 30 Kapazität der Satteltaschen. Nice. Oh, was wird, kaufen wir mal. Noch plötzlich direkt ausgelustet bekommen. Lebt wohl. Farewell. Hoffe ich doch mal. Jetzt hat er es ausgerüstet bekommen. Perfekt. Was hab ich nochmal für Schwerter? Guck mal. Viper Stahlschwert. Hexer Silberschwert. Ah, ja. Ich erinnere mich vage daran. Warte. Äh. Weltkarte, da. Sowas wie ein... Ne, haben sie nicht hier. Scheiße. Egal. Ich denke mal, bevor wir die Quests des Baron, also wir werden die Quests jetzt auf jeden Fall annehmen. Aber ich denke vorher... Müssen wir uns nochmal ein vernünftiges Silberschwert machen. Halt! Halt! Baron home? Depends who's asking. A Witcher. Wanna talk to him. Ja. And I wanna plough with a lovely Queen Seril. Seen this man before. In at the crossroads. You was there not so long ago. Thought you were supposed to go your separate way. Nice and all. It led me here. Gotta talk to the Baron. Oh, aye. What about? Something important. His ears only. Fine. Lodrin. Let him in. If he makes any trouble. Well, we outnumber him. Open the gate. Sergeant. Argel. Witcher. To see the Baron. Don't want no disturbances. That clear? What do you think? Guard called you a Sergeant. You were Temerian soldier? Not your concern. Deserter. Temerian army don't exist. Oh, what am I? So what are you all doing here? I don't know. It's trash meat. Let it lie and try to lead normal lives. Or continue to resist. Join the guerrillas and fight for our beloved Temerian till death do us part. We chose the former. And the Baron, your commander? Hmm. Yeah. Commander. Oh, da können wir uns ja gleich mal erkundigen, wie es mit der Rüstung aussieht. Wäre ja auch cool. Oh, da können wir uns ja gleich mal erkundigen. In Frasima. Now, those were balls. Attended a few, me and Moyanni. Oh, how we danced. How we twirled. Ha ha ha. Oh! 1, 2, 3, 1, 2, 3, hoheh! Enough, I don't care how you do it, but the deliveries must be weekly. Won't you stay for tea? No, besides, you've another guest. Look at that, didn't even stay for tea. In sport of all that blabbering about how cultured the nation is. I'm not going to talk, it's just a plabbering about it. Rumors rarely find confirmation in reality, especially the ones about foreigners. Right you are. I'm... I know who you are. Believe I also know why you've come. We'll talk inside. Make yourself at home. They would've put the bloody vodka. Ah, there it is. A snifter? No, come. No thanks, didn't come here to drink. Hm, as you will. But I'll not sit here a dry, if you don't mind. Before the war there was a distillery nearby, best in Velen. But their whore songs burnt it to the ground. To the matter at hand. I'm Philip Stringer. Now the Blobtits round here call me the Bloody Baron. Geralt of Rivia. Blobtits call me the Butcher of Blaviken. I said already, I know who you are. Truth be told, it's the only reason we're talking. How do you like it here in Velen? Uh... Yeah, come. Lovely place. Swamps, bogs, marshes everywhere. Exactly. Someone loses their way around here, he becomes damn hard to find. What are you getting at? Many have lost loved ones here. Some their wives, others their daughters. What? Come to Pokemon. Get to the point already. Silly, that's why you've come, isn't it? So she was here. She showed up some time ago. Exhausted, wounded, and stinking like a soaked hound after a hard hunt. Later, I learned she'd come from the swamp. said some beasts from the woods attacked her before she could reach the village. I said some beasts from the woods attacked her before she could reach the village. Oh lol. Wir spielen jetzt als Ciri. Äh, Cirilla. Äh, hast du keinen Zugriff auf das Inventar und kannst keine Zeichen bilden? Okay. Wir spielen jetzt als Ciri. Warte mal. Nice. Lowell, wie kommst du, seht right here? geil ist das so, bitte. Alter, die hat unbegrenzt Ausdauer. Ist ja krass. Du kannst du nerf. Hallo. Bist du verloren? Ein bisschen, glaube ich. Bist du? Bist du verloren? Bist du? 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 Okay. Was kommt denn nun? Folge Greka. Mal los. Pack dich da durch. Mal los. 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 Was ist denn das für ein Vieh gewesen? Eww, das ist schrecklich! Bleib da, und schau dich weg! Was ist das? Wie cool ist das? Interessant. Mal sehen. Seine Leber ist weg. Warum hast du durch seine Beleid? Würdest du sicher sein, dass deine Läser sind? Ja, fasziniert zusammen. Der Wolf-King hat keine Fantasie. Außer dass er ein Werewolf ist. Was hat ihm passiert? Er hat einen Fall. Ich glaube. Der Wolf-King hat ihn bekommen. Warum wurden die Kinder so smart? Was machen wir, wenn der Wolf-King uns findet? Good question. Ich habe keine Silber. Aber ich kann eine Bläde-Oil machen. Öl? Das heißt, was wir machen von Rape-Seed? Nein. Eine viel spezielle Öl. Of Dog-Tallow. Wolfsbane. Wolfsbain. 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 Und Wolfsbain. The Wolf-King will feel terrible, terrible pain. You're smart. How do you know these things? Did you father teach you? Not my father. My uncle. Uncle Vesmir. Yo. Alles klar. Warte mal, was Zeug soll ich jetzt jetzt machen? Warte mal, wasspawn? Ich gebe alles. Ich finde, das kann man irgendwie zu schlecht steuern, wohin sie springt. Aber sie ist scheiße schnell, wenn sie einmal drin ist. Ich habe alles. Jetzt für einen Ort, wo ich ein Feuer bauen kann und das Öl in Frieden. Was machst du? Ich schreie meine Bladen. Da. Wir sehen, wie effektiv Vesemirs Formulier sind. Ja, ich bin jetzt auch mal gespannt. Ja, ich bin jetzt auch mal gespannt. Ach, jetzt kann ich die Viecher, oder was? Komm, hau rein. Das hier. Schau mir in die Kau. Du bist zu late. Was für eine Hölle? Ach so. Ja, komm, lauf, Olle. So. Ah, süß. W-what? Wolf King, now do you believe me? I do, hide! Ratten-Smashing! Weißt du, sie schafft ihn easy, aber Geralt hat daran versagt. W-what? Boy, you really give him a drop in. Never seen anything like it. Girl, you can come out now. Come on. You're lucky we came this way. Found someone far less fortunate in the forest. Oh, Yaren. Must be. We was returning from Midcops when the brute attacked. I managed to flee, but Yaren... The little one. No details. You have bandages at home? Some spirit? He laid a claw or two on me, unfortunately. I've, I've not missed, but my lord, he's a powerful man. He's sure to help you. Might even reward you for cutting the werewolf down. Very well. Lead us to your lord. Well, it's too late. Yes. And that's how he behaved, that Ciri had to find a blood team. He found the blood team. He found the blood team. And so, how did he find his blood team? Ich bin der kleine, was du mit mir gebracht hast? Das ist nicht meine Frau. Und die kleine? Nein, verdammt! Ich denke, ich werde meine eigene Kinder kennenlernen. Vielleicht ist es nicht dein, der älteren, aber du hast gesagt, dass du das so bist. Das ist aufgeregt. Also, ist es eine Chance für diese Reward? Du wirst nicht einen verdammten Kupfer sehen. Geh raus, bevor ich meine Hände auf dich setze. Also, ist es gut? Sehr, danke. Ich habe nicht gegessen. Ich habe nicht gegessen. Ich bin froh, dass du es möchtest. Ich habe dich vorbereitet für dich, nachdem du gegessen hast. Und du kannst du mit dem Essen machen. Gretka, in der Nook, hinter dem Hearth. Du, in der Gäste Room, in der Küche. Danke. Ich... Sch... Eat, jetzt. Wir sprechen, nachdem du resten hast. Also, ich habe meine Männer zu sehen, und ich habe sie zu resten. Und? Ah, ein Thema für eine andere Zeit. Ja, komm. Ja, komm. Ja, komm. Und wenn ich ablehne... Und wenn ich ablehne... Weil ich einfach nicht will. Ich will einfach nicht. Würdest du mir sagen? Ja, komm. Aber dann werde ich dir das gleiche. Und was soll das machen? Ich bin froh. 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 Aber sie sind nicht in Ordnung. Es ist eine Sache, doch zuerst ab den Ort auf dem Weg zu holen, in eine kleine Klinge zu holen. Finding a living person? They just don't know how. Besides, Velen's naught but swamps and marshy woodland. Plenty of hard-to-find nooks if you're looking to hide someone. This is the place. Maybe they were kidnapped. Got any enemies? None worth mentioning. Worthless little pricks and angry peasants is all. None would dare raise a finger against my family. Any who might have, they've been eating dirt long since. Anything unusual happened before they disappeared? They act differently, do anything strange? Unusual? No. But not long ago, peasants came to complain that a beast had ravaged a woman by the well, devoured another lass before her. Common occurrences in Velen. And my women, Anna, quiet as a mouse as ever. And Tamara, occupied with her... things. Nothing unusual. This place... must be hard to be the only two women here. This place? What do you mean? They wanted for nothing here. Pheasant for dinner? Not a problem. Blue ribbons from Toussaint? Say the word! Had your men in mind. Their company. Sure your wife and daughter weren't being harassed? My men are a horde of horsens. But they know their place. One of them so much as looked at Anna or Tamara crosswise, I'd cut him down like a dog. Good. I'll need to know a lot more than that. Can I see their rooms? What for? I need clues. Anything to latch on to. I'll not let a stranger pour through their belongings. Want me to find them or not? I do. Then let me work. Fine. But I shall go with you. The door is locked. Good. Und das... Sehen wir später, liebe Freunde. Ich bedanke mich recht jetzt bei euch fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal, macht's gut. Tschüss. Ich bedanke mich recht jetzt bei euch fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal, macht's gut. Bye. Tau.